Was geht Leute und willkommen zu Chapter Review zu Kapitel 1010 und ich muss wirklich sagen, vielleicht sogar bis jetzt mein Lieblingskapitel in diesem Jahr weil allein der Titel sagt schon alles, der Titel ist Königshaki und das wird in diesem Kapitel auch ausgiebig thematisiert in mehreren Ecken und auf mehrere Personen bezogen aber als erstes starten wir ins Kapitel mit Big Mom wir sehen direkt weiter wie sie runterfällt und man sieht hier wirklich Zeug versucht alles um aus dieser Box rauszubekommen aber die scheint gefühlt unzerstörbar zu sein Zeug versucht von innen die wirklichen Blitzen kaputt zu machen aber die rührt sich anscheinend nicht, passiert nichts man sieht nicht irgendwie wie ein Metallstück abfällt oder so Prometheus versucht ja auch von Zorro wegzukommen aber Zorro verwendet die ganze Zeit diese Feuerschneidtechniken und gibt ihm quasi keine Chance Law ist immer noch sehr beeindruckt von Zorro und sagt so dass alle seine Knochen eigentlich gebrochen sein müssen nach diesem Angriff, den er von Big Mom und Kaido abgewehrt hat und dann sieht man wieder Kaido, der sichtlich genervt scheint und sich denkt, ja Big Mom so unfähig was macht die da eigentlich, die lässt sich einfach so leicht runterschmeißen so in die Richtung und deswegen versucht er hier direkt Zorro zu attackieren damit er Prometheus gehen lässt, der dann Big Mom wieder retten kann aber Law tauscht Zorro weg und gibt Kaido einen Injection Shot direkt in den Hals rein war sehr stark von Law, Law ist hier absolut useful man sieht hier wirklich, wie er seine Fähigkeit auf höchstem Niveau einfach kontrolliert und das sagt Kaido auch selbst er sagt, deine Fähigkeit geht mir richtig auf den Sack quasi Kaido kann niemanden treffen, weil Law sie die ganze Zeit wegtauscht er benutzt es quasi so, wie er es damals auf dem Sabahodia Shepier gemacht hat mit seinen Crewmemmern, wo die gegen einen Pazifister gekämpft haben Law benutzt seine Fähigkeit in diesem Kampf wirklich sehr gut dann sieht man direkt im nächsten Bild, wie Prometheus es geschafft hat wegzukommen und das Schwert von Big Mom auch mitträgt also das Schwert, was aus dem Hut kommt von Big Mom und Zorro sagt dann, was machst du eigentlich? der Plan war jetzt quasi umsonst so, warum rettest du mich? und dann sagt Law, der Plan bringt nichts, weil einer von uns stirbt und Kit und Killer sind schon zufrieden mit dem Ergebnis und sagen, wir haben es geschafft, die zu trennen Killer und Kit gegen Big Mom wird auf jeden Fall interessant ich denke hier, dass Oda auch auflöst was Kit damals meinte, als er sagte er hat sich von Big Mom etwas zurückgeholt, was ihm gehört die Situation wird Oda, glaube ich, nicht verstreichen lassen sondern da wird so ein kleiner Dialog stattfinden und Big Mom wird sagen, gib mir das und das wieder zurück dann sieht man, dass Prometheus quasi im letzten Moment Big Mom gerettet hat kurz vor dem Meer, kurz vor der Wasseroberfläche Big Mom und Prometheus dissen dann beide Zeus weil er quasi unnütz ist er ist ja schon öfter quasi weggelaufen Tsunami zum Beispiel, als sie ihm diese Wolken gegeben hat zum Essen und die haben irgendwas vor dann sieht man nämlich auch, dass Kit und Killer auf so einem Felsen stehen und auf die Wolken gucken was da genau passiert, gute Frage Zeus ist ja immer noch in der Box, also kann es eigentlich nichts mit Zeus sein und es kann nicht mit Zeus zusammenhängen aber ich könnte mir auch vorstellen weil die beide so Zeus quasi beleidigt haben dass Big Mom vielleicht aus irgendeiner Seele einen neuen Zeus erschafft oder einen besseren Zeus vielleicht irgendwie so ein Upgrade oder sowas und dass der normale Zeus dann vielleicht doch bei Nami bleibt also ich könnte mir zumindest vorstellen man hat ja gesehen, dass Mother Caramel auch sowas konnte aus ihren Seelen quasi diese Homies geformt hat deswegen, warum nicht auch Big Mom, dass sie irgendwie einen besseren Zeus erschafft das wäre zumindest das Einzige, was ich mir jetzt dabei denken könnte dass die Wolken sich da irgendwie komisch formen natürlich könnte es auch Kaido sein aber Kaido hat da oben genug zu tun deswegen, ich glaube nicht, dass das mit Kaido zusammenhängt sondern eher mit Big Mom und weil Prometheus ja noch vorher gesagt hat ich habe, darf ich dich was fragen Mama ich habe ihn vorschlagmäßig und dann kommen diese Wolken das hat auf jeden Fall irgendwas mit Big Mom zu tun was genau werden wir dann wahrscheinlich noch sehen Kaido vergleicht dann die Situation mit dem Schlag, den Ruffy schon mal gegeben hat mit der Keule und sagt, Ruffy ist zwar hier kurz ausgenocht aber er starrt mich immer noch an so sein Wille ist noch nicht gebrochen deswegen will er ihm irgendwie die Augen ausstechen oder den Schädel einschlagen und Trash talkt hier nochmal gegen Ruffy das gefällt Zoro natürlich nicht und sagt, hier das ist mein Captain so ich werde jetzt nochmal einen letzten Angriff raushauen da Zoro selbst gesagt hat, dass das wahrscheinlich sein letzter Angriff sein wird kratzt er hier glaube ich nochmal alle Haki-Reserven die er irgendwo in jeder Ecke von seinem Körper noch übrig hat zusammen und packt alles in Emma rein in diesen einen Angriff und endlich sehen wir glaube ich nach 10 Jahren wieder Ashura das letzte Mal war im ernsten Kampf richtig gegen Eki vielleicht haben wir es in einem Film oder so nochmal gesehen bin ich mir gerade nicht genau sicher aber im richtigen Fight war glaube ich nur gegen Eki und man sieht hier wirklich er trifft Kaido gut und Kaido blutet auch zum zweiten Mal schon in dem Kapitel einmal bei diesem Injection Shot von Law und jetzt nochmal beim Ashura von Kaido und das wird auch eine Narbe hinterlassen bei Kaido man sieht hier wirklich auf der Brust das ist eine klaffende Wunde die über die komplette Brust geht sieht quasi ein bisschen so aus wie Zoro's Nabe die er von Mihawk bekommen hat und dann sagt Kaido etwas Interessantes zu Zoro und zwar sagt er oder unterstellt er ihm dass er auch Königshaki hat und Zoro weiß hier nicht wovon er redet er sagt einfach ich habe alles was ich hatte alles was ich noch an Power hatte an Kraft hatte habe ich einfach mal diesen Angriff reingesteckt ich weiß nicht wovon du redest da ich Kaido als sehr fähig ansehe denke ich auf jeden Fall dass Kaido recht hat und Zoro wirklich Königshaki hat wahrscheinlich in abgeschwächter Form und er kann sich kontrollieren aber wir erfahren ja noch später im Kapitel dass man sich mit Königshaki umhüllen kann deswegen hat Zoro wahrscheinlich auch Königshaki in diesen Angriff rein gesteckt es ist wirklich krass zu erfahren dass Zoro jetzt wahrscheinlich wirklich Königshaki hat natürlich ist es eine Information aus der One Piece Welt und nicht von Oda selbst das heißt das ist quasi so wie bei der Information damals von Jinbei als er meinte Katakuri hat eine Logia Frucht und später hat man dann doch erfahren er hat eine Paramesia Frucht deswegen würde ich es noch nicht komplett für voll nehmen dass Zoro wirklich Königshaki besitzt weil es eben eine Information aus der One Piece Welt ist und nicht außerhalb von Oda selbst es ist eine Vermutung von Kaido aber da er es selbst gespürt hat an seinem eigenen Leib deswegen denke ich schon dass man ihm glauben kann dass es Königshaki war weil ich schätze Kaido schon als sehr fähigen Kämpfer ein dass er das auch spürt und sowas merkt er hat es ja auch bei Kit und bei Ruffy gemerkt nach diesem Angriff will Kaido Zoro auch dem Rest geben Law will ihn dann wieder beschützen und Kaido gibt ihm einen Blick der Zoro Zoro wahrscheinlich Zoro Law erstarren lässt und drückt den beiden ein Thunder Bagua diese Donner Bagua auf Deutsch rein und die beiden sind hier wirklich blutüberströmt Zoro wird auf jeden Fall dadurch nicht gestorben sein ich glaube Law auch nicht aber beide werden auf jeden Fall erstmal liegen bleiben hundertprozentig Kaido gibt hier glaube ich Ruffy, Law und Zoro den größten Respekt den er ihnen hätte überhaupt geben können und zwar sagt er wenn ihr euch mir angst wenn ihr euch mir wenn ihr mich euch ey wenn ihr mir gejoint wärt in die Crew dann hätten wir zusammen die Welt unterwerfen können das ist wahrscheinlich auch nochmal eine Anspielung darauf dass Zoro sehr wahrscheinlich Königshaki hat und Ruffy hundertprozentig das wissen wir ja weil das Königshaki wird ja auch so als Unterwerfungshaki bezeichnet deswegen spielt Kaido hier nochmal drauf an jetzt kommt wirklich eine epische Szene die wird im Anime glaube ich richtig krass man sieht hier wie Ruffy sich im Hintergrund von Kaido nochmal erhebt das sieht ein bisschen so aus wie die Szene von Rob Luki und Ruffy wo Rob Luki am Ende sich umdreht und Ruffy dann im Hintergrund doch noch stehen bleibt und nicht umfällt und dann ihm das Jet Gartland reindrückt es passt zum Chapter weil vorhin wurde auch Ashura benutzt das gegen Eki benutzt wurde von Zoro oder hat hier diese Anspielung auf jeden Fall extra gemacht und Ruffy bekommt dann den Flashback wo Hiogoro ihm sagt du musst dich mit Haki umhüllen du musst es um dich herum fließen lassen du musst es spüren wirklich eine epische Szene und Ruffy sagt dann ich hab alles versucht und es hat trotzdem nicht funktioniert es hat einfach nicht funktioniert bei Kaido Ruffy hat jetzt endlich die Erkenntnis bekommen und den Schlüssel quasi um Kaido zu besiegen ihm ist aufgefallen dass Kaido sich mit Königshaki umhüllt und quasi nicht mit Ryo Haki was er gelernt hat er macht dieselbe Technik er lässt das Königshaki quasi um sich fließen und umhüllt sich mit dem Königshaki das würde auch erklären warum man von Kaido noch nie seine Rüstungshaki gesehen hat weil er es einfach nicht braucht sondern er umhüllt sich direkt mit Königshaki und benutzt quasi keinen Rüstungshaki das ist auf jeden Fall ein Punkt der sehr vieles erklären würde zum Beispiel Whitebeard of Marineford der hat ja wahrscheinlich auch Königshaki gehabt zum Beispiel als man gesehen hat wie er sich mit Roger geclasht hat ohne Flashback da hat man auch diese Königshaki Blitze gesehen aber auf Marineford hat er es nie so einbenutzt dass diese schwachen Leute umgefallen sind jetzt können wir davon ausgehen dass er es wahrscheinlich benutzt hat um sich selbst aufrechtzuerhalten als er das Gesicht halb weggeschlagen als er das Gesicht halb weggeschlagen wurde und er sich quasi mit Königshaki geschützt hat und mit Königshaki umhüllt hat und auch Kaido das so benutzt und Kaido das so macht weil es diesen Thunder Bagua gegen Ruffy geschlagen hat auch im Anime hat man immer diese Königshaki Blitze gesehen und es würde auch wirklich erklären warum Königshaki Nutzer dann auch so viel stärker sind als normale Haki Nutzer dass das Königshaki nochmal wirklich ein Upgrade ist weil man sich einfach anstatt mit Rüstungshaki mit Königshaki umhüllen kann beziehungsweise der Angriff umhüllen kann ob diese Technik nur offensiv einsetzbar ist oder auch defensiv muss man da nochmal schauen ob man sich wirklich defensiv verteidigen kann also wenn jemand einen Schlag gibt mit Rüstungshaki ob man dann an einer bestimmten Stelle nur im Gesicht Königshaki machen kann wie man das mit dem Rüstungshaki macht um es abzuwehren muss man da nochmal schauen ich könnte mir auch vorstellen dass Ruffy in seiner normalen Gear 4 Form wo er auch sein Rüstungshaki benutzt nochmal Königshaki oben drauf macht also dass man quasi beides benutzt und dann doppelt so stark ist und Kaido sagt dann hier nochmal dass wirklich nur eine Handvoll Leute auf der Welt das benutzen können also wirklich nicht viele zum Beispiel Katakuri wahrscheinlich auch nicht sonst hätte man das schon gesehen von ihm und an der Stelle tut Sanji mir wirklich leid weil wenn Zoro jetzt auch Königshaki hat und Ruffy hat es ja das wissen wir alle dann hängt Sanji wirklich hinterher dann ist das quasi meiner Meinung nach der Tod des Monster Trios wenn Ruffy und Zoro wirklich Kaido Schaden machen können dann sehe ich bei Sanji kein Land also dass er Kaido eine Narbe zufügen kann oder so wenn er diese Königshaki Technik nicht besitzt dass er sich mit Königshaki umhüllen kann weil das scheint ein so heftiges Upgrade zu sein wie wir jetzt gleich hier sehen nämlich wehrt Ruffy diesen Coinschlag von Kaido einfach ab mit dem Fuß das sieht so easy aus man sieht hier er umhüllt sich nicht mit Ryu Haki sondern da sind diese Königshaki Blitze und er berührt die Keule nicht sondern er wehrt sie einfach vorher ab wie wir diese Technik halt kennen mit diesem die Aura fließen lassen nur er macht es mit Königshaki und er tritt dann auf die Keule von Kaido springt hoch und gibt ihm dann so einen Schlag in den Bauch er berührt ihn wieder nicht aber er er trifft ihn wieder von innen und Kaido spuckt hier wirklich Blut wie er es wahrscheinlich lange nicht mehr gemacht hat Ruffy zieht dann direkt nochmal nach und benutzt hier dieselbe Technik und gibt ihm direkt einen Uppercut er benutzt auf jeden Fall seine Geschwindigkeit gut ich glaube dass Kaido in der Hybridform lange nicht mehr so kassiert hat beziehungsweise sehr sehr selten auch so kassiert hat man muss wirklich bedenken Kaido ist sehr schnell und auch in seiner Hybridform ist er wahrscheinlich noch schneller also und er war schon schnell obwohl er so groß ist und Ruffy gibt ihm hier wirklich zwei Angriffe in einer Geschwindigkeit das ist schon krass man sieht hier nicht genau ob er hier zwei aktiviert hat es könnte sein vermutlich aber ist hier nicht genau gezeigt und man sieht am Ende wirklich Kaido fliegt hier noch auf die Fresse Law erwähnt dann nochmal das was man schon vorher gesehen hat nämlich dass Ruffy ihn gar nicht berührt sondern er trifft ihn einfach mit dieser Aura mit diesem Königshaki Aura Blitzen mit denen er sich umhüllt hat und Ruffy sagt dann nochmal am Ende sagt allen ich hab das im Griff ich mach das und unten steht dann 1 gegen 1 auf Englisch statt Manu amano und jetzt will Ruffy 1 gegen 1 gegen Kaido kämpfen ich könnte mir vorstellen dass wir nächste Woche nicht sehen was unten passiert dass Ruffy direkt ins Gear 4 wechselt direkt in den Bounceman direkt in den Snakeman vielleicht auch direkt in den neue Gear 4 form die mit dem Königshaki kombiniert ist Zorro und Law werden jetzt wahrscheinlich erstmal da liegen bleiben irgendwann werden sie auch aufstehen vielleicht wird das 1 gegen 1 von Ruffy auch erstmal unterbrochen wenn die Insel landet auf Onigashima deswegen glaube ich noch nicht vielleicht ist das noch nicht der End-End-Kampf das letzte 1 gegen 1 vielleicht kommt nochmal eine Pause zwischen Ruffy sich nochmal neu aufladen muss um die neue Gear Form nochmal neu zu starten oder sowas auf jeden Fall kommt nächste Woche leider kein Kapitel nächste Woche Pause aber mit diesem Kapitel können wir uns dadurch auch noch für 2 Wochen zufrieden geben war auf jeden Fall ein sehr geiles Chapter ich hoffe euch hat es gefallen schreibt mir auf jeden Fall unten in die Kommentare was ihr denkt wo es jetzt weitergehen wird ob es vielleicht bei Frankie gegen Sasaki weitergeht oder bei Jimmy gegen Husu oder ob wir sehen jetzt was Sanji macht oder ob Killer gegen Kid und Big Mom äh Killer gegen Kid Killer und Kid gegen Big Mom ob wir da jetzt weiter gucken und da sehen was passiert oder ob es direkt oben weitergeht mit Ruffy gegen Kaido was ich bezweifle wir sehen uns dann beim nächsten Video haut rein ciao 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 Vielen Dank.